meine lieben folger es gibt was zu feiern ich hätte nie gedacht dass es einmal so weit schaffen werden 128 abonnenten auf youtube wunderbar und wie sich das gehört gibt es natürlich ein kleines gewinnspiel immer wieder ein täfelchen schokolade meiner wahl freie auswahl gibt es bei 256 oder vielleicht bei 512 und bei 1024 da fahren wir zusammen durch den walmart und skypen und kaufen ordentlich ein aber wir sind bei 128 und daher gibt es eine tafel schokolade ihr habt ab jetzt eine woche lang zeit in die kommentare hashtag binär system zu schreiben und unter den einsendungen lose ich dann einen glücklichen gewinner oder eine glückliche gewinnerin aus hervorragend stoßt mit mir an schaum cheers Bis zum nächsten Mal.